Alles klar, gut, wechselt um den Arms Messerschneider. Nice. So, den Schwimmer, ich lass nur die Feierwahl. Wir können kein Leben long spielen. Ähm, hast du Echo? Nee, hab ich leider noch nicht. Ich könnte mir kaum verbrauchen, hab ich mir lieber grün gewirft. Oh, schade. Ähm, mit wem könntest du noch lustig sein? Alles ist lustig. Digga, du hast noch 54 Sekunden Zeit. Ja, ja, ja. Dann mit Oriana. Oriana. Alles klar. Ist gelockt. Oh, nice. Die hab ich noch nie mal im Leben gespielt. Okay, äh, ich wünsche dir viel Glück. Wir haben wieder der Bessere gewinnt. Ja, ich kann dir jetzt nicht wirklich so, aber... Ich hab, das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben, dass ich Oriana spiele. Das letzte Mal hab ich dich ja schon abgezogen. Stimmt, ne? Aber schön, dass du dich noch ein drittes Mal traust. Ja, tut mir leid, also ich, äh, ich wag mich jetzt mal auf das dünne Eis. Dass ich, dass ich mich nochmal blamieren lass. Und du nimmst ich dich so aus, den Ignite mit? Ja, jo. Ja, wir haben komplett unterschiedliche Sprouts. And all the people say lalalala... Wie geben die überhaupt die, Alter? Ich hatte bloß hier ne scheiß Kugel, Alter. Dann macht sie noch gar nix mit. Iiiiih... Du musst eigentlich die Kugel einfach nur auf das Positioning achten. Okay, jetzt... Jetzt... Ich erwarte jetzt aber schon, dass du mich kalt, Max, ne? Ich hab die seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Ich hab die noch nie gespielt. Let's go. So, aber wenn du jetzt wieder im Busch campst, ne? Ne, ne. Ne, nein. Oh Gott, ich kann dir mal sowas von gar nicht. Oh mein Gott. Ah, nice! Verdammt. Geht schon richtig geil aus. Die Barry hätt ich nicht mehr zinten müssen. Aber da ist auch alles raus, ne? Ja, ich hab beide, das ist alles raus. Ich geh voll arty. Aber du hast schon keinen Mahler mehr. Ja, das ist richtig behindert. Jo, natürlich. Schluck kurz, Alter. Drei, drei so Kekse-Schluckte. Boah, das wird knapp, du, ey. Wie du immer auf dein Maus drauf holst, Alter. Ohne die Teile, ohne die Teile, ohne die Teile. Ach so! Ohne die Teile, Mann! Ja, darfst auch eins nehmen, sorry. Du hast jetzt dreimal knapp und du läufst trotzdem rein. Ich hab mir so gedacht, Alter, der Mongo nimmt sich das einfach nicht. Wie dumm ist der? Ja. Alter, dein fucking Ernst. Ja, gut, dass ich so viel treffe, oder? Alter, wenn du jetzt die Übel getroffen hast, wäre ich glaube ich tot. Nice! Oh, der war, der war teuer, der war richtig teuer. Das ist ja mal so ein Bullshit. Das ist so geil gerade, ey. Mit den Teilen, oder? Ja, oder? Nein! Nein! Das dauert viel zu lang, schau, jetzt könntest du dich wieder komplett hoch rein. Dann wird's ja kein Ende nehmen. Boah! Boah! Wenn wir uns gegenseitig nicht treffen können, dass eins gegen eins schwierig werden. Boah! Der war teuer! Aua, 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 aua! Get rekt! Get rekt aber immer übel! Wenn du jetzt wieder im Busch kämpst, ich hab... Komm her, komm! Boot, 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 boot! Ich tanze dir sogar was vor! Boot, 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 boot! Nein! Nein! Das kann ich auch sein! Oh! Oh, shit! Was hast du für die Reaktion, Alter? Ja, nix exekuue, was ist los mit dir, du Buschi? Oh, da hat er Angst, ey, da hat er Angst. Oh, Mann! Da hat er Angst, ey, dass er verliert. Get rekt, oder? Da hat er richtig Angst, dass er verliert und muss sich unbedingt exekuten. Ja, das hatte ich als mehr Gedanken dabei. Das mach ich nicht mit dir, weil ich bin noch fair und ich bin noch ein fairer Sportsmann. Ich sammle jetzt auch mit full life erstmal die Heal-Teile ein, dass du nicht in Versuchung kommst. Alter! Hab ich dich einfach getötet, oder? Das war schade, ich hätte auch ulti-Ready, du hast einfach den Busch gehauen, Alter, das ist schade. Alter, wieso hast du schon wieder so viel AP mehr als ich? Ich hab 190. Was ist los bei dir? Ich hab 190, und du? Aber zum Glück kannst du dir kein Dorn-Panzer kaufen. So, jetzt geht's weg, Alter! Jetzt, oder? Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice! Heilige Bimbombo, ey. Alter, lass mir mal halt dich, das ist halt das Schlimme. Nice! WTF, Alter! Du hast keine Ubi, ne? Doch. Nein, 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 nein. Klar. Ja, Alter. Da kackt's. Boah! Oh, der hat weh! Nein! Der ist keine Worte! Ah! 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 Der tut mir weh! Alter, Vater, ey, das ist so krass schon wieder. Ah! Ja, geh weg vom... Was haben wir jetzt extra für den Kuh? Weil er keine Eier hat! Weil er keine Eier hat! Weil er keine Eier hat! Doch! Ich bleib, Alter! Ja, ja, ja. Du stirbst wieder, weil es keine Eier hat! Ähm. Woa! Okay, jetzt habe ich ein leichtes Problem! Nein! Ich hatte keinen Mana mehr und keinen Leben mehr, Alter! Aber du hast Eier! Na ja! Da kommst ran! Hahaha! Ja, ich lass mich jetzt auch nicht executen, oder doch? Na ja! Oder doch, so... Nee! Ja, du kriegst den Mongo Tower hier! Nee! Ich will mich aber nicht executen lassen, weil das einfach ein bisschen unfair ist! HITBOX Alter! Du hast es nicht getroffen Du hast es nicht getroffen Oh, das tat weh Wer hat es nicht getroffen, bitte? Kannst du bitte nochmal wiederholen? Hast du aber ein bisschen nachgefällt, oder? Ja, da hab ich wirklich hart gefällt Ah, das tat echt weh, das tat echt weh Du kommst mir alles nach, du Buschi Ähm Ja Guuut Ja gut, hab ich gesagt Jetzt mach dich platt 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 Scheiß auf das 3-3-3-1 Du wirst trotzdem gehen platt 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 Geh mal Oh, der war close, ey Echt, der war... Ja, richtig hier ist das Ja, jetzt... Du sagst immer, ich hab keine Eier hier Und dann mach der mal auf Buschcampen, ne? Hä? Ich hab... Du hast jetzt mal Busch versteckt Ich hab zwar kein Mana, aber... AHHHHH Nicht reinlaufen! Nicht reinlaufen! Nicht rein! Okay, helfer! Das ist scheiße schon wieder Hä, was hab ich gemacht? Du hast den Heelteil angesammelt! Du hast deinen scheiß Heelteil angesammelt, du Buschi Achso... Ja, super, Alter Jetzt haben wir auch einen! Super, Alter! Da stirbst du mal, Alter! Nein! Alter, du bist ein Fixer, Alter! Ja! Ich glaub's! Ein Tummel, wo ich bin! Ich muss es ja nur klein an Tummel, oder? Oder hast du, ist klar? Ähm... Ja, nein! Jaaa... Ja, nee, ist klar, oder? Oh, Mann! Ich glaub du bist der Erste, der mit 3-2 Führung verliert Wer sagt mir was von verlieren? Ah, ja, stimmt Du... Du Mongo... Pisser, ich gehst immer noch auf die Kacktower Natürlich! Ich mach mal First Blatt, aber das bringt mir für die Tower nichts Natürlich bringt sie nichts Dann lass ich mich exekuten, bringt mir auch nichts, den Post schon Ja, du musst halt... Du musst halt... Du musst halt bisschen... Oh! Du musst halt bisschen... Am Anfang hast du halt nie exekuten, das ist am Ende viel schlauer Und... ZAPP! Yeah, man, Baby! Ah! Jetzt! Lauf doch mal, nochmal! Lass dich halt mal hinten, jawohl! Aaaaaah! Krass, du, ey! Fast getroffen! Ah! Alter! Bitte! Ja! Komm! Ja! 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 Das war lustig Wenn du dich jetzt exekuten wärst, wärs auch nicht perfekt Kannst du auch sogar machen Na ne, der pusht uns Ja, aber das wär jetzt noch am... Da würdest du ja noch am wenigsten Schaden machen Ich sag, wie viel AP hast du? Also, bei mir steht fast eine 5 von dir Ähm... Eine 6 Ne, bei mir steht eine 3 Ich hab vorläufig, ich sammels ein Ja, da muss keiner rein drücken Ja, natürlich Ich war ja voll Jetzt hab ich auch eins eins Ich war ja gleich weg, du Arschlauch! Hehehe Au! Der hat weh Alter, Falter Heute mach ich dich aber kalt, wa? Ja, übel Aua, der hat wieder weh Oh, der auch Das gleiche normaler mehr Oh, der hat wieder weh Ja, komm, komm, komm Aaaa, der macht voll ehre rein Alter, bitte Was machst du denn eigentlich? Ich wollte dich eigentlich auch so aus Dissus spekt auf den Leiden, oder? Huuu Ja, hier, Loons Echo, hab ich dich erstmal auch Trader, würde ich sagen Ist so, ist so Waaaaaah! Niiiice! Waaaaaah! Waaaaaah! Huuuuu Waaaaaah! Was ist das? Was! wie ist das?! Mann! Kack mal das kotzen hier! Du bist denn... Nein, nein, nein! Nein! Was denn? Ja, ja, was, er frag doch noch, was denn? Ja, ich bin ausversehen reingelaufen, so gemeint Ja, ausversehen reingelaufen Ich zeig dir jetzt mal wie man jemanden demütigt Das wär ja gemeint Mach ulti ja auf den Medien, mach ulti, weil, die macht nicht kalt sonst Ulzi, komm mach Ulzi. Ja, mach ich gleich, wenn ich's hab. So, wo bist du Hulenschmock hier? Hulenschmock, ey, jetzt... Jetzt tut er mir die... Schimpfhörn um sich schmeißen, der Boy. Ähm, ja. Ich komm aus dem Ghetto. Ich backdör dich jetzt aus, oder? Aua, der tat echt weh. Der hat nur noch 2021... Von 2021 leben. Aaaaah! Aua. Bitte, wer sagt hier, ich treff nix? Wow, ich hab mal so viel Schaden bekommen, ne? Deine scheiß Super-Minions locken mich und machen mir ewig viel Schaden. Aua. Alter, gegen sowas verliere ich, ne? Ich sag nicht so, dass das Absicht war, ne? Na, ey, komm, komm, komm. Ja, 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 jetzt. Alter, deine scheiß Minions! Aaaaah, der Nutzer hier! Was? 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 Wer denn? Mit Nutzer-Echo gekillt? Das war geil, ey. So, jetzt disrespekte ich dich. Aaaaah! Ah, du schaffst nicht mal mehr aufzugehen! Hahaha! Jetzt explodieren sie zweimal auf! Jawoll! Easy! Ich würd' sagen, äh, ja. Das war jetzt ja ziemlich cool. Alter, ich glaub, ich hab die Regeln falsch erklärt, ne? Das war ziemlich cool. Man muss seinen eigenen Nexus zerstören, ne? Ach, stimmt! Ja, das... Das hab ich voll vergessen, Alter. Wie ist die Sache auch nochmal? Ja, ich reporte jetzt erstmal die Gegner für Belästigung und Beleidigung. Okay, mach das. Machen wir doch mal ein normales Spiel, also mit Scheidregeln. Vorruge und L management schraub Beat. Bitte das schon mal anknutchen wie mit мой dabei, Untertitelung des ZDF, 2020